Und damit herzlich hallo zu einem neuen Format auf diesem Kanal, den ProDub Reviews. Das sind Reviews, wo ich mal geplant versuche, Filme, die ich gesehen habe, zu reviewen. Wie das Ganze genau funktioniert, naja, da werde ich wahrscheinlich demnächst irgendwann mal so ein FAQ-Video rausbringen. Wenn es dann fertig ist, wird es unten in der Beschreibung verlinkt sein. Wenn nicht, dann wartet halt noch so zwei, drei Wochen, Tage, Monate, Jahre. Ihr wisst ja, es kann eine Weile dauern, bis ich mit sowas fertig bin. Clou dieser Reviews ist jedenfalls, dass wir das Ganze nicht einfach nur als Kritiker oder als Zuschauer angehen, sondern einfach mal versuchen, beide Seiten der Medaille zu betrachten. Denn wie uns neulich einige Filme gezeigt haben, können Kritiker und Zuschauer doch schon ganz schön gespalten werden. Unser quasi Testfilm für dieses Format wird The Jungle Book aus dem Jahr 2016 sein. Wenn ich mich recht erinnere, ja, ab 14. April diesen Jahres im Kino. Mit diesem Film hat Disney versucht, eine Real-Verfilmung seines Animationsklassikers aus dem Jahre 1967 zu schaffen. Regie bei dem Ganzen hat Jon Favreau gespielt. Den kennt er vielleicht als Happy Hogan aus Iron Man 1, 2 und 3. Da hat er in jedem Fall auch Regie geführt, zumindest bei Teil 1 und 2. Und nebenbei war er auch Regisseur bei, ich glaube, Cowboys and Aliens. Von daher, der hat schon eine gewisse Track Record. Man kann so einigermaßen abschätzen, was man von ihm zu erwarten hat. So, die ganze Rollenbesetzung, die kann ich euch jetzt nicht auswendig vorsagen. Deswegen lese ich einfach mal durch. Wir haben in diesem Film Neil Setti als Mowgli, Arnim Rode als Baloo, Christian Berkel als King Louis, Joachim Krohl als Bagheera, Jessica Schwarz als K, Ben Becker als Shirkan, Heike Makac als Raksha und guter Letzt auch noch Justus von Donanji als Akela. An der Stelle sei ich schon mal angemerkt, im Original ist nur der Mowgli-Darsteller der gleiche. Der Rest, der wurde quasi für Deutschland umbesetzt, weil man keine Lust hatte, Bill Murray, Ben Kingsley oder zum Beispiel Scarlett Johansson einfach nur zu synchronisieren. Man hat sich da mal einfach die eigene Prominenz genommen und ein bisschen bestückt. Aber genug davon, wir wollen jetzt nicht allzu viel Zeit mit dem ganzen Trivia-Kram verlieren und gehen am besten gleich über zu meinem Phoenix-Bewertungssystem. Das ist der Teil, wo wir uns das Ganze mal als Kritiker ansehen. Da gibt es 10 Unterpunkte und noch eine kleine Bonusrunde und ich werde das Ganze mal kurz reinrufen. Moment. Klatsch aus. Klatsch an. Ist alles noch ein bisschen rustikal. Wir müssen uns da... Das wird alles noch besser. Ist ja hier quasi so Probelauf, bevor denn als nächstes ich Civil Wardens ansetzen darf. Phoenix, ganz anders geschrieben, als man vielleicht denken würde, setzt sich aus den Anfangsbuchstaben diese ganzen Attribute da zusammen. Könnt ihr mal durchzählen. Da sind zwei Doppel-K. Ist einmal Doppel-K, Doppel-S. Das ist totaler Blödsinn. Hauptsache es ergibt ein cooles Wort. Erster Punkt. Prämisse. Nun, die Prämisse ist relativ simpel. Disney macht schon seit Jahren Real-Verfilmungen seiner alten Klassiker. Es ging los mit Alice im Wunderland. Das war im Prinzip mehr so eine Art Fortsetzung. Dann hatten wir Maleficent, was im Prinzip nur Uninterpretation war. Cinderella habe ich jetzt noch nicht gesehen. Allerdings habe ich gehört, das sollte im Prinzip nur eine Nacherzählung des Films gewesen sein, der eh schon mal rausgekommen ist. Nur halt mit echten Schauspielern. Das gleiche ist im Prinzip auch das hier. Nur hat man sich nochmal die Originalvorlage angesehen. Das Buch von 1800 hast du nicht gesehen. Und hat sich da vielleicht noch ein, zwei Elemente rausgenommen, die in diesen Film eingebaut. Und die Story ein bisschen, ich sag mal, modernisiert. Ein paar Lieder rausgeschmissen, andere Lieder nur angeteast. All so ein Zeug. Allgemein kann man sagen, ja, die Prämisse, man hat sich schon Mühe gegeben. Deswegen gibt es hier auch schon ganze viereinhalb Omega-Pilze. Ist irgendwie schon mal aufgefallen, dass Atomwolken aussehen wie Omegas, was irgendwie passend ist. Nun, die Schlauberger unter euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, Punkt zwei Handlung ist doch im Prinzip das gleiche wie Prämisse. Aber nein, in diesem Punkt wird bewertet, wie Konsistenz quasi die Story war. Ob es denn irgendwelche großen Plotlöcher gibt, die jetzt einem sofort aufgefallen sind und dergleichen. Und nun ja, mir im Prinzip, was ist mir aufgefallen? Es gibt eine kleine Inkonsistenz. Ziemlich am Anfang des Films, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob ich als Zuschauer was verpasst habe, ob Schakan einfach nur ein Arschloch ist oder ob das wirklich ein Fehler ist. Das bleibt eigentlich jedem selbst überlassen. Ansonsten ist eigentlich alles recht gut nachzuvollziehen und ich habe jetzt auch keine großen Patzer entdeckt. Ich müsste jetzt vielleicht nochmal den Film und anfangen mitzupicken. Aber so wie es aktuell aussieht, bis auf diese kleine Schwäche da am Anfang, würde ich mal sagen, hat auch dieser Punkt 4,5 Omega-Pilze verdient. Punkt 3, die Optik. Film ist, wie man weiß, ein visuelles Medium. Man sieht da eine Menge und das, was man sieht, sollte natürlich auch gut aussehen. Nun, was kann ich zu der Optik sagen? Ich bin ein Verfechter des Theorems. Lass am besten in einem Film jeden Frame wie ein Gemälde aussehen. Mal jetzt von Bewegungsunschärfe abgesehen. Und ja, ich kann eigentlich, also mein Eindruck war, dieser Film hat das gemacht. Du kannst ja eigentlich jede Szene aus diesem Film nehmen, auf Stop drücken und dir das ganze Ding als Wallpaper hinhängen. Von daher, ich bin echt weggeblasen gewesen von der Optik. Deswegen gibt es hier ganze volle 5 Omega-Pilze. Effekte, in dem Fall eine Menge Special Effects, wie einem oder anderen vielleicht schon bei den Trainern aufgefallen sein dürfte, ist alles Mögliche. Nur aus dem Computer, mal abgesehen von Mowgli. Deswegen Real-Verfilmung. Weil im Prinzip ist es ein Animationsfilm mit einem Schauspieler. Aber wir wollen das jetzt mal nicht zu eng nehmen. Die Animation ist nämlich für meine Eindrücke, würde ich mal sagen, großartig. Die Detailverliebtheit ist wirklich hier und da überall zu sehen. Allein die Wölfe im Regen, was da für Wassertropfen vom Fell runterperlt, einfach herrlich. Allerdings gibt es dann doch so 2-3 Szenen, wo man dann etwas zu matte 3D gestalten hat, die einen vielleicht ein bisschen aus der Szene reißen. Aber ist jetzt auch nichts Großschlimmes. Deswegen auch hier, ich weiß, es wird langsam langweilig, 4,5 Omega-Pilze. Punkt 5. Die Musik oder hier benannt Noten. Nun, was kann ich zur Musik sagen? Wenn sie da ist, ist sie sehr schön. Das Problem ist nur, dass sie manchmal vergisst, da zu sein. Falls das für Leute Sinn macht. Es gibt einfach Momente, da ist der Film relativ still. Da ist keine Musik, kein gar nichts. Wenn die Musik da ist, dann unterstützt sie den Film super. Wenn nicht, dann wird es manchmal etwas, naja. Ich bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen, mir den Soundtrack durchzuhören. Ich hatte den Eindruck, manche Hintergrundmelodien seien Covermusiken gewesen von den Songs aus dem Original-Disney-Film. Wo wir schon bei den originalen Songs sind. Da gab es, glaube ich, im Original-Film 5, 6, 7 Stück. Ich weiß nicht, in diesem Film geschafft haben es ganze 3 von denen. Ganz pinglich gesehen sind es sogar 5 Lieder aus dem Original. Denn 3 davon sind in Englisch und 2 von den 3 sind nochmal in Deutsch im Film direkt vorhanden. Allerdings muss ich sagen, klingen die gesungenen Lieder im Film teilweise ein bisschen, äh, naja. Es ginge schöner, allerdings kann ich sagen, dass ein Junge, der mit einem Bär mitten im Dschungel anfängt zu singen, wahrscheinlich nicht so klingt, als hätte er eine Gesangsausbildung. Deswegen könnte man das theoretisch noch so durchgehen lassen. Aber naja, naja, naja. Hier muss ich dann trotzdem mal, ne, damit wir ein bisschen Variation haben, 3,5 Omega-Pilze geben. Punkt 6. Interaktion. In diesem Fall eher Schauspiel genannt. Das Problem ist nur, ich kann jetzt schlecht sämtliche Schauspieler bewerten, weil im Prinzip ist ja nur ein Schauspieler im Film. Und, äh, der Mowgli macht seine Sache eigentlich ganz gut. Dafür, dass er, ich glaube, im Presseheft stand, das erste Mal in so einem großen Film schauspielert, war das sehr schön. Es gibt eine Szene, da hat er mich mal kurz rausgerissen, weil das alles wirklich sehr unnatürlich wirkte. Aber das kann auch sein, dass das so gewollt war und, naja. Das andere waren alles Sprechrollen, deswegen werde ich die erst später bewerten. Ich gebe hier einfach mal 4 Omega-Pilze für eine sehr solide Erstleistung. Punkt 7. Der Klang. Oder auch Ton genannt. Müsste eigentlich auf 6 sein, damit das irgendwie eine Reihenfolge Sinn macht. Aber so bildet halt ein schönes Wort. Von der ganzen Soundkulisse her war eigentlich alles ganz super, toll, schnieke, geil. Aber hier gibt es das ähnliche Problem wie mit der Musik. Manchmal hört der Klang einfach auf. Es gibt dann einfach stellenweise überhaupt keinen Ton. Außer den Sprechern, die halt ihre Texte reden. Und das wirkt dann teilweise wirklich sehr, sehr steril und reißt einen in den Stellen ein bisschen raus. Deswegen muss ich trotz optimalen Klangs hier einen Atompilz abziehen und am Ende nur 4 vergeben. Kommen wir nun zum Einsatz der Kamera und allgemein im Handling der Kamera. Es gibt kein übermäßig großes Shakeycam-Gewackel. Man sieht eigentlich immer, was wo passiert. Die Kamera ist da, wo sie seilen sollen. Es gibt allerdings eine Szene, wer den Film denn mal sieht, ist, ohne großartig zu spoilern, eine Kletterszene, wo die Kamera sehr seltsam wirkt. So wie als wäre da irgendein Reporter im Dschungel und würde gerade Leute beim Klettern filmen. Ist nur eine ganz kurze Szene, aber ich möchte es erwähnt haben. Ist es halt nicht perfekt. Was auch noch gefehlt hat, war so ein Wow-Moment bei der Kamera. Muss jetzt nicht immer eine Plansequenz sein, aber irgendwas, wo man sich dachte, boah, das war aber geil gefilmt. War auch nicht dabei, aber im Großen und Ganzen verteile ich jedoch immer noch 4 Omega-Pilze. Kommen wir nun zu dem Punkt, der Star Wars Episode 4 gerettet hat und Batman wie Superman wohl offenbar für die Kritiker vernichtet hat. Der Schnitt. Was kann man zum Schnitt sagen? Es gab eigentlich nichts am Schnitt auszusetzen. Es gibt eine einzige kleine Überleitung am Anfang des Films, die ein bisschen seltsam wirkt. Aber, naja, das ist jetzt auch nicht so gravierend. Es ist halt, es wird ein Satz gesagt und dann wird übergeblendet zu einer ganz anderen Szene. Und dann wird der Satz erst wieder aufgegriffen mit so einer Zwischendings von mehreren Sekunden, die viel zu lang sind, um dann noch wirklich einen Anschluss theoretisch mitzukriegen. Deswegen, es ist nicht großartig ein Problem. Deswegen 4,5 Omega-Pilze. Kommen wir nun zu dem Punkt, der eigentlich bei den wenigsten Film-Reviews, soweit ich das mitgekriegt habe, überhaupt bewertet wird. Die Synchronisation des Ganzen. Vor allem bei diesem Film ist die Synchronisation ja extrem wichtig, weil man außer Mowgli sonst keinen anderen Schauspieler sieht und es wirklich nur auf die Stimmen der ganzen Leute ankommt. Wie eingangs erwähnt, hat man sich dagegen entschieden, einfach die Synchronsprecher der Originalschauspieler zu nehmen und hat hier auf das eigene Repertoire an Lokalberühmtheiten zurückgegriffen. Witz an der Sache ist, jedes Mal, wenn einer dieser Schauspieler seinen ersten Satz gesagt hat, dachte ich für einen kurzen Moment, es wäre der Synchronsprecher des Originalsprechers vorhanden gewesen. Also Baloo hörte sich im ersten Moment wirklich an wie Bill Murray, Bagheera hörte sich im ersten Moment an wie Ben Kingsley. Manchmal ist das halt aufgetreten. Das wollte ich nur mal angemerkt haben, da gibt es jetzt nicht großartig was dran auszusetzen. Ansonsten kann ich sagen, hat eigentlich jeder seinen Job ganz gut gemacht. Es gibt halt so ein paar Momente, wie die Gesangsszenen, bei denen ich nicht weiß, ob die absichtlich so sind oder nicht und dann gibt es halt wie immer noch dieses Tonproblem, was sich so durchzieht, dass ich teilweise wirklich den Eindruck hatte, als würde da kein Wolf mit mir reden, sondern einen Schauspieler in einem Studio stehen und seinen Text einlesen. Auch wenn der recht gut gesprochen war, ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz rausgekriegt, was es war. Vielleicht war es das Kino, das so seltsam eingestellt war. Vielleicht war das irgendwas im Film. Vielleicht hat man eine Soundspur vergessen. Es ist halt immer wieder in diesem Film aufgetreten, dass es Momente gab, wo man nur eine Stimme gehört hat, dazu das Bild gesehen hat und sich dachte, ja, irgendwas passt da gerade nicht zusammen. Und es lag nicht in den Effekten. Wieder mal wurde widerlegt, dass Echsen doch Mäule haben können. Synchro, also alles in allem, auch vier Omega-Pilze. So, jetzt also noch eine kleine Bonusrunde am Ende, wo sich der Film noch ein paar Lorbeeren dazu verdienen kann, weil ich nett bin. Nun, bisher bei dem ganzen Ding hat der Film schon insgesamt 85% der Gesamtwertung abgeräumt. Ist nicht schlecht. Aber ich habe noch extra Punkte zu vergeben. Erster Bonuspunkt geht nochmal an die Überarbeitung des ganzen Stoffes. Ja, ich habe am Anfang nur wie viel gegeben? Viereinhalb für die ganze Prämisse, aber trotzdem kriegt die Prämisse nochmal einen Zusatzpunkt am Ende rein. Denn mir persönlich glaube ich, ich glaube, mir hat der Film besser gefallen als das Original. Nennt mich Banause, aber es ist halt zeitgemäßer und irgendwie auch interessanter, fand ich. Man könnte den Bonuspunkt auch so auslegen, dass ich nicht erwartet habe, dass der Film mir so gut gefallen wird. Wie er das hat. Der zweite Bonuspunkt geht in die Tierkreationsecke. Nein, es ist nicht nur saulustig, sich vorzustellen, wie Captain Baloo und seine tollgrüne Crew mit diesen Charakteren in einer Real-Verfilmung aussehen würde. Ich muss auch nochmal ein paar Bonuspunkte für die Schlange geben. Jetzt ganz kleiner Mini-Spoiler, der überhaupt nichts mit der Story zu tun hat, aber mit der Optik des Films. Wer das Original gesehen hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass Cars Augen in sämtlichen Farben vor sich hin hypnotisieren. So auch in diesem Film. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie es tun, aber auch Cars Augen in diesem Film wabern in sämtlichen Farben vor sich hin, was extrem geil aussieht. Und da ich vorbeulastet bin, was Augen angeht, Schlangeaugen sind cool, Extrapunkt. Und den letzten Extrapunkt muss ich für die Credits vergeben, will ich für die Credits vergeben. Eigentlich müsste er nochmal 20 Extrapunkte für die Credits kriegen, aber das würde die Skala sprengen und wäre auch ein bisschen unfair vielleicht späteren Filmen gegenüber. Die Credits in diesem Film muss ich wohl zu den wohl besten Credits zählen, die ich jemals gesehen habe. Nicht nur werden die Hauptcredits, nenne ich sie mal, die ganze Zeit in einem Klappbuch mit kleinen 3D-Szenen und diesem Tierchen aus dem Film gezeigt. Nein, 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 nein. Ihr kennt normale Credits bei Filmen, das ist halt so eine weiße Textwand, die von unten nach oben auf schwarzen Hintergrund läuft. Schwarzen Hintergrund gibt es auch in diesem Fall, aber die Textwand ist nicht weiß. Nein, sie ist bunt gestaltet und zwar übersichtlich bunt gestaltet, so dass jeder Laie mitkriegen kann, welche Person jetzt genau für was verantwortlich war. Echt coole Sache, habe ich mir gern angesehen und im Hintergrund liefen halt drei englische Cover-Versionen der Originallieder aus dem Film. Die da waren, probiere es mal mit Gemütlichkeit, ich wäre so gern wie du und glaube mir. Halt alles in Englisch, aber... Coole Musik im Abspann, farbiger Abspann, Extrapunkt. Macht zusammen eine Punktewertung in meinem Critica-Score von 88%. Aber wie wir spätestens seit Batman wie Superman wissen, sind die Kritiker nicht alles. Deswegen nochmal kurz Klatsch aus und Klatsch an. Eine neue Bewertungsebene und zwar die Publikumsebene. Nun, hier gibt es drei einfache Kriterien und eine Daumen-hoch-runter-Skala. Kann man nicht viel falsch machen, oder? Assistieren wird uns hier bei Radartechniker Matt, den könntet ihr vielleicht noch kennen aus diversen kleinen lustigen Videos. Wenn ihr ihn nicht kennt, googelt einfach mal. Unterteilt ist das Ganze in... im Prinzip drei Punkte und wieder einen Bonuspunkt. Irgendwer hat mal gesagt, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wer es war, dass ein guter Film im Prinzip aus drei Punkten bestehen muss. Er muss seine eigene Story erzählen, er muss etwas Neues zeigen und er muss unterhalten. Deswegen auch die Punkte hier. Punkt 1. Wurde eine in sich geschlossene Story erzählt? Sieht ganz gut aus. Danke, Matt. Also, Daumen nach oben für die Story. Als nächstes der Unterhaltungswert. Fühlte man sich von diesem Film unterhalten? Matt? Cool. Matt fand den Film auch sehr unterhaltsam, kann ich zustimmen. Also, wieder einen Daumen nach oben. Kommen wir jetzt zum Element des Neuen, was gezeigt wurde. Was meinst du, Matt? Trotzdem ist im Prinzip ein Remake es... neu genug? Ja, da geht der Daumen ein bisschen in die Mittelstellung, aber ist immer noch mit Tendenz nach oben. Von daher, es ist ein Remake, ist klar, aber es gibt genug Änderungen. Ich würde sagen, der Film hat seine Daseinsberechtigung vollkommen verdient. Von daher, ein Daumen mit Tendenz nach oben. Sonstiges wird jetzt etwas schwieriger, denn da hat Matt eine Menge zu tun. Also, bringen wir den Daumen in Ausgangsstellung, nämlich neutral. Los, Matt. Danke. Also, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Ich liebe Wölfe. In diesem Film gibt es eine Menge Wölfe. Also, Matt, ein bisschen nach oben. Das Problem war, die Wölfe haben so oft und so ekelhaft geheult, dass der Film wirklich geschafft hat, dass ich angefangen habe, das Wolfsgeheul ekelhaft zu finden. Und das kann ich nicht gutheißen. Daumen weiter runter, Matt. So, was haben wir noch? Den Gigantopithecus. Auch bekannt als King Louie. Nun, er sah im Original aus wie ein Orang-Utan und auch wenn man es jetzt wahrscheinlich kaum erkennen wird, er sieht auch immer noch aus wie ein Orang-Utan. Mann, man hat sich da hintergesetzt offenbar und sich wirklich die größten Orang-Utans genommen, die man gefunden hat. Gigantopithecus, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, ist im Prinzip sowas wie ein Bigfoot. Irgend so ein schon längst ausgestorbenes Ding, wo man bisher nur so ein paar Knochen und Vermutungen hat, wie das ganze Zeug mal aussah. Also, für die Umsetzung von King Louie auch nochmal ein bisschen hoch den Daumen. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Okay. Cool. Was haben wir noch? Ach ja, ach ja, ach ja. Da gab es noch so ein kleines Problem mit der Konsistenz in dem Ganzen. Nämlich konnte sich der Film nicht wirklich entscheiden, welche Tiere nun sprechen können und welche nicht. Jedenfalls habe ich da kein wirkliches Muster erkannt. Es kann natürlich sein, dass Mowgli nicht die Sprache aller Tiere konnte und dass deswegen aber es wurde nirgendwo erklärt, wann welches Tier wie sprechen kann. Von daher, Matt, ein bisschen nach unten. Ein bisschen. Okay. Gut so. Und last but not least. Machen wir doch den Daumen ein bisschen höher wieder für die cinematische Aufpeppung des Finales der Geschichte in dem Sinne. Da wurde sich dann nochmal Zeug gelegt, um ein wirklich noch größeres Spektakel zu präsentieren als ein um den Schwanz gebundene Fackel. Beziehungsweise Ast, die den bösen, bösen Tiger nach sonst wo jagt. Das war dann schon ein bisschen mehr. Puh. Also hoch mit dem Daumen, hoch mit dem Daumen. Okay. Macht also, wenn wir das alles zusammenzählen, im Prinzip auch einen Daumen nach oben, würde ich mal meinen. Nun, was sagt das über den Film im Gesamten aus? Wir haben einen Zuschauer-Daumen nach oben und eine Kritikerwertung von immerhin 88%. Also technisch gesehen ist der Film auch super. Bleibt auch die Frage offen, wer kann sich den Film ansehen? Nur ich würde eigentlich sagen, jeder kann sich den Film ansehen. Außer vielleicht, naja, wenn ihr jetzt extreme Hardcore-Fans des Originals seid und das quasi jetzt euer Dogma anseht, dann würde ich da vielleicht nicht reingehen, weil es ist halt anders. Leute, die gewisse Wahrnehmungsprobleme haben und zum Beispiel meinen, dass Episode 7 genau exakt die gleiche Story wäre wie Episode 4 im Star-Wars-Bereich, die sollten vielleicht auch von diesem Film fernbleiben, weil die werden dann denken, oh, ist ja das Gleiche wie immer. Aber ansonsten, der Altersfreigabe gemäß kann man eigentlich reinzerren, wie man will. Meine Empfehlung hat der Film jedenfalls. Ich hätte nicht erwartet, dass er mir so gut gefällt, wie er mir denn doch gefallen hat. von daher geht mal ruhig rein und wenn ihr denn mal drin wart, könnt ihr mir ja mal eure Meinung in die Kommentare posten. So, ich werde mich dann jetzt langsam mal aufmachen, zu gucken, wie ich diese ganze Katastrophe irgendwie zusammengeschnitten bekomme und mit Effekten überlege und so weiter und hoffe, dass ich irgendwie mal noch bis zum Ende des Wochenendes fertig werde und wir dann demnächst für Civil War alles am Laufen haben. Von meiner Seite aus erstmal als dann, bis dann und wir sehen uns bei der nächsten Review.